Leute! Mensch, match-projection, hau raus. Wie spielt ihr denn heute? Wir gewinnen 3-1! Nein! 2-1! 2-1! 2-1! 1-0? 1-0! Alles klar. Irgendwie anfangen über das Spiel zu reden. Recht Herzlichen Dank für 1.000 Abonnenten. Wir haben's geschafft. Wir standen vor dem Spiel bei, weiß ich nicht, 930 irgendwie um den Dreh. Jetzt ist das Spiel vorbei, eine Woche später, wir haben fast 1300 Abonnenten. Recht herzlichen Dank, was das für Ausmaße nimmt, hätte ich nicht gedacht. Wahnsinn, vielen lieben Dank, wirklich vielen lieben Dank an jeden Einzelnen von euch. Ja, dazu später nochmal mehr, beziehungsweise da gibt es noch ein kleines Sondervideo zu, aber das kommt demnächst. Kommen wir zum Spiel. Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Werder Bremen zu Hause, 17.30 Uhr gegen Eintracht Frankfurt, wie gesagt, in den Bundesliga-Partien. 43 Siege für Werder, 23 Remis und 36 Siege für die Eintracht, auf die gesamten Bundesligaspiele betrachtet. Werder im Moment auf Platz 9, Frankfurt auf Platz 15, muss aber nichts heißen. Sind erst drei Spiele gespielt, für beide Mannschaften das vierte Spiel. Meine Prediction fürs Spiel, ich würde sagen, nicht Werder Brille und gar nichts. Also erstmal zu Frankfurt, das ist eine gestandene Bundesliga-Mannschaft. Ich glaube, die zwei Unentschieden und die Niederlage wird dem nicht gerecht, wie die Mannschaft eigentlich drauf ist. Postage wurde ja auch verkauft. Mal gucken, wie sie das noch weiter wegstecken. Ich würde dennoch tippen, aufgrund der Euphorie von letzter Woche. Vielleicht nur daran denke, schon wieder an die letzte Woche gegen Dortmund. Es liegt immer noch im Herz. Es ist eine Woche rum und ich sage es euch jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Das war so geil. Ja, wieso da ich stehen geblieben? Würde ich tippen, meine Prediction. Trotz alledem ein 2-1 für Werder Bremen. Es wird Zeit, dass die alte Heimstrecke zurückkommt, Leute. Aber ich glaube, durch die Euphorie von letzter Woche, wie gesagt, meine Prediction ist ein 2-1 für Werder Bremen. Und? Wer ist das? 2-1. Wer? 2-1. Weißt du nicht, Max? Ich dachte, du magst, Alter. Das ist mein Spitzname. Achso, Max, 2-1. Also, Game Prediction. Hau rein. Lange Rede, kurzer Sinn, 3-0. Lange Rede, kurzer Sinn, 2-1 Werder. Ich sage 2-0. Alles klar. Okay, ganz kurz von meinem Abonnenten getroffen. Robin, mein Freund. Was hast du für das Spiel? 2-1. 2-1 Werder? Ja. Milano, ich soll dich noch grüßen, übrigens. VZS2W, S2W, 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 S2W. Wo bleibst du die ganze Zeit? Habe ich dich wieder gehetzt heute? Ein bisschen, Mann. Ich schwitze wie ein Schwein. Der Tag war tatsächlich, konnte ich bis zum Stadion vorgefahren werden. Die haben dann nicht abgesperrt. Keine Ahnung, deswegen war ich so früh hier schon. Um halb vier. Es hieß, es macht dir keinen Stress. Treff nur für vier, halb fünf. Und dann irgendwann um zwei Uhr kommt die Nachricht. Wo bleibst du, Junge? So ist er, der Busse. Stress machen. Prediction, ganz kurz noch mal eben. Während du jetzt wieder das gleiche Tipps wie ich, wie letzte Woche, ohne dass du es gehört hast. Ich sage jetzt 2-2. Ja? Soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Du bist der erste heute, der auf dem Teppich geblieben ist. Ja? Ich habe so viele Predictions. Die gehen alle locker davon aus, dass wir gewinnen. Bei Facebook habe ich auch diese 4, 1, 4, 0, 5 und was. Ich habe da so ein bisschen ein schlechtes Gefühl. Einmal so ein Dreierding dabei war, weißt du. Ja, ja, deswegen immer auf dem Boden bleiben, Bremen. Immer auf dem Boden bleiben. Immer locker durch die Hose atmen. Wenn es so ist, ist okay. Dann nehmen wir es mit. So, Aufstellung von Werder nochmal eben. Fangen wir hier an. Pavlenka am Tor, Pipa, Veljkovic, Friedl, Weiser, Groß, Stay, Young, Stay Young natürlich wieder. Bittencourt, Füllkrug, Duksch. Sehr geil. Dann haben wir nochmal Frankfurt. Trapp im Tor. Pellegrini, Dicca, Tuta, Jakic, Rode, Sow, Camara, Götze von Anfang an, Linsfrön und Moani. Let's go! So, die Stellung mussten wir leider vom Bierstand aus bekannt geben, weil wir hier schon wie lange stehen? Stunde. Stunde zum Bierholz. Stunde. Wer lügt? Zehn Minuten. Du musst auch eine halbe Stunde rauen, du stehst auf die ganze Zeit alleine. Ich raufe gar nicht. Geht's nicht frisch? Ach schon, der raufe gar nicht. Ich wünsche Meister 2003, 2004 Heisenbilder Bremen. Ich musste rein, weil der Bierstand ist zusammengebrochen. Das musst du dir echt mal geben. Jetzt sind wir da drinne. Auf geht's! Man hat den Mann. Anthony! Lang! Wir wissen die Saison bisher. Und auch noch noch fünf. Arbo! Viva! Mit dem nommer sechs jetzt. Zehn! Die sieben Backern und natürlich. Martin! Duks! Und zur Normung lässt. Mitchell! Meister! Bei ihm läuft die zehn. Leo! Mit dem groß. Mit dem nommer 11, natürlich. Miklas Hölkow, Wilkowitsch, die 13-jährige Kapitän Marco Riedel, und natürlich die 36, Christian Groß, und das alles unter der Leitung unseres Jobträgers, Ohne, Werner, 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 und auch siehend kommt wieder an, heute wie immer, unsere Nummer zwölf, das sind wir, das sind wir, das sind wir, das sind SV 감사합니다. Jadi, 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 allt birdie, also West Boge Oh, SVT! Oh, SVT! Deine Fresse, ey, wie schnell schon wieder, alter! Zweite Minute! Oh, wieder ein Fernschuss! Wer hat's gemacht? Wieder ein Fernschuss, letzte Zeit Problematik bei Werder, ehrlich. Wer hat's gemacht? Jawoll, komm, weiter! Gib ihn! Tschüss! Oh! Für jede Ecke das Gleiche. Luke steht hin, Friedel kommt, nimmt sie das weg. Ohne Scheiß! Ja! Ja! Oh! Pieper, Junge! Schieß! Oh! Ja! 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 Ja, Mann! Das war wieder! Ja! Ja! Juhuu! Geil, Mann! Bremen! Jürgen, 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 Jürgen! Jürgen, 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 Jürgen! Jürgen, 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 Jürgen! Jürgen, 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 Jürgen Stadion steht, Junge, sehr geil. Mit dem Chor draus. Scheiße, Romano-Schmied, richtig geil, nein. Ja, das hat die alle so hopp genommen. Preis ist der 2-2. Die geht richtig ab. Unterhaltung pur. Vorschützen sagen die wieder nicht. Ein dicker war das, glaube ich. Was sagst du? 18.03. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Wenn ihr wieder tauscht, dann bis ihr erwischt. Oh no, mein Mann. Hören wir mal die neue Trick. Ja, der ist halt auch wieder bei vorne. Danke, Romano. Oh, schreck. Ja, ja, nein, Alter. Alter, das kannst du dir nicht auswählen. Das kannst du dir echt nicht auswählen. Das ist eben noch die vergebene Chance. Jetzt ist sie 38 Spielminute. Frankfurt führt hier 3-2. Für die Unterhaltung ist es ja geil, aber als Werder-Fenn ist es der absolute Halbtraum. Danke, Samuel Leder. 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 Und wir kommen wieder. Wir sitzen 10 Sekunden. 47.4-2, absoluter Albtraumstart. Es wird Zeit für einen neuen Schwung. Böcki muss regeln, das ist alles nichts. Ja! Ja! 58. Spielregel, 4.2 Frankfurt, was sagen Sie? Glauben Sie noch dran? Ja. Aus dem Spiel mit der 3, Toni Jo, mit der 6, Jens Sturm, mit der 36, Christian Groß. Aus dem neuen Spiel, die 22 Niklas Schmidt, die 26 Niklas Schmidt, die 28 Niklas Schmidt. Und die 28 Niklas Schmidt. Ein bisschen offensiver, ne? Stay raus, Schmidt rein. Niklas, tu es heute, Mann. Ja, 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 SvUW! Oh, SvUW, oh! Duksch, duksch, duksch beim Freistoß! Oh, Mann, ey! Er gibt den Elber! Er gibt den Elber! Ja, gerne! Der ganze Leben sind wir für dich da! Es geht wieder los, 90. Minute. Füllgrubte dann zum Elfmeter! Jaaaaaaaaa! Rissi ist dabei! Bremen! 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 Füllkrug! Füllkrug! Werder! 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 Unser ganzes Leben sind wir für dich da! Alle grün weiß alle! Nur der SVB! Unser ganzes Leben sind wir für dich da! Alle grün weiß alle! Nur der SVB! Nachspielzeit! Alter, wenn der jetzt wieder reingeht, ne? Der muss noch einmal rein! Du guckst und schwebt! Komm! Ich bleib drauf, Jungs, ich bleib drauf! Egal! Jetzt, Alter! Wie im Training! Niklas Schmidt und Marvin Dux! Marvin Dux macht es! Dux macht es! Planke rein! Oahhhh! Ja! 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 Riksok knapp verfehlt, Alter! Das Stadion steht! Erke Werder, Pavlenka mit vorne, Junge! Pavlenka mit vorne, Junge! Ich schwör's dir, das wäre er! Ohne Scheiß! Wer hab ich alles gewohnt? Ich auch! Dux! Flanke rein! Noch eine, noch eine, noch eine! Ich bleib drauf, Junge! Oh, wieder! Noch eine, noch eine, noch eine! Dreimal ist Bremerrecht! Schießt! 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 Schießt, Junge! Oh! Oh! Schön spät, weiter! Hat der abgeflüpfen? Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Grüß dich! Was sagst du, wer scheiße verliert? Verloren auf jeden Fall! Direkte, zehn Minuten, acht Minuten waren wieder gesetzt! Direkte Spielanalyse, was sagst du? Ich sag für die Schlussphase, dass sie sich noch Mühe gegeben haben! Ist okay, man kann auch mal verlieren! Ja! Wir sind immer noch Zweitliga-Aufsteiger! Wären sie jetzt kampflos untergegangen, dann hätte ich gesagt, scheiße! Aber die haben sich mit Händen und Füßen gewehrt, mit allen fußballerischen Mitteln dagegen gehalten! Mehr war leider heute nicht drin! Ist einfach so! Frankfurt ist halt eine starke Mannschaft! Richtig! Kann man mal verlieren, nehmen wir so hin! Das muss man auch mal akzeptieren, ne? So sieht's aus! Also, wir sind immer noch Aufsteiger! Ja! Sind Sie alle, wo ist der Dreierlachs heute gewesen? Kein Dreierlachs heute! Das ist immer, was wir wieder zusammen waren! Immer, wenn wir zusammen sind! Ohne Scheiß, das muss man auch nochmal so sagen! Immer, wenn wir zusammen sind! Nein, sag das nicht! Ja, aber es ist so, die wissen... Nein, sonst verflügeln mich die Verhältnis nicht! Die, die uns regelmäßig verfolgen, wissen das doch! Nein, wissen das nicht! Doch! Wir haben die Zusammenhänge noch gar nicht erlebt, oder? Nein, da geht nichts! Also, seit wir eine Dauerkarte haben, die Heimspiele... Läuft nix mehr, ne? Ich erzähl, Statement zum Spiel! Nein, es ist kein Déjà-vu gegen Kiel! Es ist einfach nur ein Pickel! Ein kleiner Hure zum Pickel! Erzähl was! Weserstadion im Nebeneffekt! Ja, Leute, Interview jetzt! Also, als erstes, es war voll, es ist okay, das soll man machen! Verloren, ne? 4-3! Das Spiel, weiß ich gar nicht, 4-2 war ich Wurst und so holen! 4-2 war lang, aber da ging gar nichts mehr irgendwie! Also, das 4-2 habe ich nicht mitbekommen! Ach so! Ich dachte, ich bin heiß und so, ich komme jetzt rein, frisch getankt mit Wurst, mit Wasser und so! Neue Energie, ja, ja! Ich guck da, 4-2 direkt! Das war halt der Killer so! Also, denke ich mal, ne? Da haben alles gegeben auch eigentlich nur! 4-3 hofft und war da, aber hat nicht gereicht! Ist okay! Frankfurt und so! Ja! Kann man ein Leben oder nicht? Haben wir halt mal verloren als Aufsteiger, ist es halt so! Du wolltest auch noch was dazu sagen? Mein Freund, was sagst du dazu? Das Spiel ging ganz gut, ne? Also, die Stimmung war die kurze Zeit super, am Ende vor allem aber... So ist es halt, jetzt haben wir halt auch mal verloren, ne? Die Phase, die wir hatten einmal, Anfang war das, glaube ich, die war gut von Werner! Wieder das Spiel gedreht, das war geil! Ja, ja, ja! Aber es war wieder nur die Phase und der Rest, weiß ich, da war wieder eine lange Zeit, zwischen Anfang und Ende, wo einfach wieder Tot und Hose waren! Wo gar nichts gegen, von 2.30 Uhr an, ne? Ja! Für das 80. Ich weiß! Sollst du die Stimmung ausgucken, war ich zufrieden tatsächlich auch! Ja, war gut! Ja! Frankfurt fand dich nicht so heftig? Doch, ich ja! Also, ich hatte eine andere Sicht wahrscheinlich! Es geht meist auch, aber es ist doch Sonntag, 17.30 Uhr, wo auch Arbeit und so, ne? Deswegen aber... Meinst du die Stimmung oder spielerisch? Ja, nee! Ach, oben, die Fans da! Fandst du nicht so gut? Nee, die waren jetzt nicht so. Na gut, egal! Einmal gehört, glaube ich! Der Dudelsack-König! Das ist bitte nicht so gut. Habt ihr eigentlich? Wie gesagt! Wie gesagt! Du bist in Stimme! Untertitelung des ZDF für funk, 2017